Vital Präparate auf Basis von Isoflavonen Frauen in den besten Jahren sollten sich ein mehr an Pflege gönnen. Mit der Unterstützung von Soja, Rotklee und Nachtkerzenöl genießt jede Frau die Vorzüge der reiferen Jahre unbeschwert. Isoflavone sind pflanzliche Hormone und ähneln dem weiblichen Sexualhormonöstrogen. Aufgrund ihrer guten Verträglichkeit nennen wir die Naturstoffe auch Phytoschdrogen. Sie kommen in den Wechseljahren oft als sonst die Alternative zur medikamentösen Hormonsatztherapie zum Einsatz. Wir gewinnen Isoflavone vorwiegend aus Rotklee und Soja. In Kombination mit den wertvollen Ölen der Nachtkerze sind sie dem weiblichen Organismus bereits vor der Menopause dienlich. Stabilität für Bindegewebe, Knochen und Haut, neben vielen anderen Aufgaben beeinflusst Östrogen das körperliche und seelische Wohlbefinden der Frau. Die körpereigene Östrogenproduktion geht ab dem 40. Lebensjahr langsam zurück. Die Einnahme von natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln auf Isoflavone-Basis trägt erheblich zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Zudem erhalten sie die Knochenstabilität und fördern die Kollagenbildung. Letzteres ist für den Erhalt der Hautelastizität und die Festigkeit des Bindegewebes unverzichtbar. Innere Werte und äußere Schönheit, in optimal auf die Bedürfnisse reifere Frauen abgestimmten Vitalpräparaten finden sich neben Isoflavonen die wertvollen Öle der Nachtkerze. Sie helfen auf natürliche Art, Hormonschwankungen und das Einsetzen der Wechseljahre unbeschwert zu erleben. Darüber hinaus erhalten sie die Feuchtigkeit und Elastizität der Haut und versorgen den weiblichen Körper mit wichtigen ungesättigten Fettsäuren wie Gamalinolenteure. Drei natürliche Freunde der Frau, Soja und Rotklee, enthalten östrogenähnliche Isoflavone mit denen sie Hormonschwankungen ausgleichen, für mehr Knochenstabilität sorgen und die Kollagenbildung fördern. Nachtkerzenöl, wirkt ausgleichend, fördert die Hautfeuchtigkeit und liefert ungesättigte Fettsäuren, wie Gamalinolenteure.